Der Platonismus ist in der Moderne keine Liebeslehre geblieben, sondern eher ein Deckname für Liebesunfähigkeit geworden. Seine Liebe zu Louis Collet stellt Gustave Fulbert explizit in das Zeichen einer ganz und gar eigenartigen Platonismusrezeption. Alle Liebe vergehe prinzipiell, meint er, die Kunst aber sei ewig. Anstatt zu lieben, solle man deswegen Kunstwerke schaffen. Und an diese Maxime hat Fulbert sich gehalten und geschrieben, anstatt zu lieben. Und das nicht, weil wie bei Petrarca das Objekt seines Begehrens sich ihm entzogen hätte. Im Gegenteil, Collet, also seine Geliebte, will nur eins, mit Fulbert schlafen. Hinter diesem Platons Idee eigenartig verformenden Konzept, in der Liebe nicht zur Kunst führt, die beide von derselben auf einem langen Wege der Erkenntnis raffinierten Energie, dem Eros, angetrieben werden, sondern die Kunst an die Schelle der Liebe tritt, verbirgt sich eine Unfähigkeit zu lieben. Also Louise Collet, 35-jährig, im August 1846 in Paris auf Fulbert trifft, ist sie nicht nur eine schöne, sondern eine überaus erfolgreiche Schriftstellerin und eine gesellschaftliche Größe. Gustave Fulbert, 25 Jahre alt, hat zu diesem Zeitpunkt nach einer schweren Nervenkrise sein Jurastudium aufgegeben und den Gedanken an jede Karriere fahren lassen dürfen. Zusammen mit seiner Mutter lebt er als noch unveröffentlichter Autor in Croisset bei Rouen. Fulbert ist unverheiratet und nicht liiert, Collet zwar verheiratet, aber so frei, dass sie in sechs Jahren immerhin acht Liebhaber gehabt hat. Ihre Leidenschaft steht folglich kein äußeres Hindernis im Weg. Croisset liegt bei Rouen, 60 Meilen von Paris entfernt. Die Liebe, die bekanntlich Flügel verleiht, hätte eine solche Strecke auch bei den damaligen Verkehrsverbindungen, das waren drei Stunden, ohne Probleme überwinden können. Fulbert baut diese Entfernung über viele tausend Briefseiten zu einem unüberwindlichen Hindernis aus. Selten ist die wohl von jedem Leser gehegte Hoffnung auf eine glückliche Liebesgeschichte so nervenaufreibend frustriert worden wie durch diesen Briefwechsel. Während ihrer leidenschaftlichen Phase schreiben sich Collet und Fulbert täglich meist seitenlange Briefe. Fulbert hat, vermutet man, Collets Briefe vernichtet. Und so muss man aus seinen Briefen erschließen, worum es ging. Das fällt auch nicht besonders schwer. Collet scheint das in solchen Fällen Übliche zu sagen. Ich liebe dich, ich will dich sehen, ich will mit dir schlafen, ich will, dass du bei mir bist, jetzt sofort immer komm. Lieben heißt für sie ganz einfach Liebe machen. Was das Weib will, ist schlicht zu beantworten. Was der Mann will, bleibt viel rätselhafter. Fassungslos jedenfalls steht Collet vor dem Rätsel des sich ihr Entziehenden, seine Liebe aber unermüdlich beteuernden und sucht nach nachvollziehbaren Gründen. Er liebt sie nicht, er verachtet sie, nachdem sie sich ihm hingegeben hat, ihn interessiert an der Liebe nur die Eroberung, er liegt anderen Frauen im Arm, er hat es auf eine reiche Erbin abgesehen und will sich nicht mit Geliebten belasten. Fulbert gibt ihr in unendlichen Varianten zu verstehen, dass sie sich zwar nicht sehen können oder jedenfalls nicht jetzt sofort, dass sie aber selbstverständlich nach Vorwänden für eine Reise nach Paris suche und jede sich bietende Möglichkeit ergreife. Obwohl er nicht nach Paris kommen könne, liebe er sie. Weniger verzehrend vielleicht, weniger maßlos als sie ihn, aber er liebe sie. Schließlich gibt er ihrem Drängen nach und sie sehen sich unter unglaublichen Vorwänden, die wieder viele, viele Briefseiten einnehmen, in Mantes. Und dort geschieht das Unglaubliche. Fulbert vergisst sich. Er hält sich nicht ängstlich an die tausendmal diskutierten Fahrpläne und vergisst sogar seine Mutter, vor der er seine Passion wie vor einer eifersüchtigen Ehefrau sorgsam versteckt. Er bleibt tatsächlich die ganze Nacht und nimmt erst am nächsten Morgen den ersten Zug nach Hause. Doch nicht nur das. Er ist zum ersten Mal mit sich in seiner Eigenschaft als Liebhaber zufrieden. Und das ist eine absolute Ausnahme. Fulbert erinnert sich an das Liebemachen beim ersten Mal in Paris. Ich zitiere, Doch wie kalt ich war. Ich war nur damit beschäftigt, dich zu betrachten. Ich war überrascht, bezaubert. Doch jetzt, wenn ich dich jetzt hier hätte. Auf das, was Zondal vornehm als Fiasko umschrieb, kommt Fulbert vier Tage später zurück. Sein sexuelles Versagen interpretiert er als Beweis seiner Liebe. Zitat Andere hätten vielleicht geglaubt, dass ich sie beleidige. Sie hätten mich kalt, abstoßend oder verdorben gefunden. Ich war dir dankbar für dieses spontane Verständnis, dass ich über nichts wunderte, während ich darüber staunte, wie über eine unerhörte Monstrosität. Also muss ich dich lieben und heftig, denn ich habe das Gegenteil von dem erfahren, was ich bei der Begegnung mit allen anderen gewesen bin, ganz gleich bei welcher. Zitat Ende habe er sich bisher als ganzer Mann erwiesen, und das oft. Darüber lässt er seine Geliebte, der er sich wie im Übrigen, wie Freunden gegenüber, als potenter und abgebrühter Vögler stilisiert, nicht im Unklaren. Zitat Aber die Frauen, die er hatte, waren nicht diejenigen, die er liebte. Bisher hat er Liebe machen und Lieben streng getrennt. Zitat Für Colet hingegen will er ein fantastischer Liebhaber sein. Zitat Und in Monde gelingt ihm das schließlich. Ganz im Zeichen des Männlichen erinnert Flaubert die Nacht. Frisch, kräftig, leidenschaftlich fühlt er sich danach. Er ist überrascht. Waren wir verrückt und jung? Ich kann es nicht fassen. Ich bin stolz darauf gewesen, dass du mir gesagt hast, du hättest solches Glück noch nie gekostet. Deine Lust hat mich in Brand gesetzt. En passant ist es ihm sogar gelungen, eine kleine Geschichte als Alibi zu erfinden, die seine Mutter geglaubt hat. Und ganz naiv will er wissen, wie er war. Und ich? Habe ich dir gefallen? Sag es mir. Es tut mir wohl. Colet wird ihn nicht enttäuschen und ihn in ihrem Gedicht Les Amoureux de Monde mit einem wilden Büffel in den amerikanischen Prärien vergleichen. Später wird Flaubert die Nacht in Monde und die zwei, drei Schreie, die ihr Colet entrissen hat, noch einmal beschwören. Erinnerst du dich an die Nacht von Monde? Erinnerst du dich an einen Schrei der Überraschung, den du einmal ausgestoßen hast, erstaunt wie du warst, über menschliches Vermögen? Du hattest dir nicht träumen lassen, sagtest du, dass Liebe so weit ginge. Für ein nächstes Treffen will er ihr Gedicht mitnehmen, das sie sich dann noch einmal vorlesen können. Kurz, werde ich schöne Erinnerung, es ist zum eine Gedächtnismesse lesen lassen. Mit der Gedächtnismesse des denkwürdigen Ereignisses, in dem er seinen Mann gestanden und sich als fähiger Liebhaber bestätigt hat, ist Flaubert sinnliche Sehnsucht nach Colet erschöpft. Seine Energie wird er jetzt ganz darin setzen, Colet nicht wiederzusehen. Wenn man sich liebt, lässt er sie wissen, kann man zehn Jahre verbringen, ohne sich zu sehen und ohne darunter zu leiden. Ratlos schreibt Colet an den Rand, was soll man von diesem Satz halten? Das Briefe schreiben und lesen, zunächst nur Aufschub, tritt an die Stelle der Liebe. Ein auf Dauer gestellter Aufschub, ein Begehren, dem die Unerfüllbarkeit Bedingung ist und das sich in der Inszenierung erschöpft. Flaubert scheint stolz darauf zu sein, so lieben zu können, so verliebt zu sein. Von Colet verlangt er einen hermeneutisch-höchst-paradoxen Akt. Sie soll ihm aufs Wort glauben, ihn aber nie beim Wort nehmen. Was will er von Colet? Ihr Beweisen, dass er seinen Mann stehen kann. Diesen Beweis erbracht, verschiebt er seine Liebe vom Körper als Fußfetischist auf ihre Pantoffeln und vom Körper auf die Schriftströme. Das Triebschicksal, das Flaubert in seinen Briefen zu lesen gibt, ist keine Ausnahme, sondern folgen wir Freud, weit verbreitet. Franz Kafka etwa zeigt ganz dieselbe Triebstruktur in seinen Briefen an Felicitas. Flaubert zeigt den klassischen Fall von psychischer Impotenz, die nach Freuds paradoxer Formulierung oft, Zitat, Männer von stark libidinösem Wesen aufweisen, als der Flaubert sich unablässig inszeniert. Freud vertritt die von ihm selbst als revolutionär eingestufte Meinung, dass die Abschattungen der psychischen Impotenz des Mannes nicht Störungen Einzelner, sondern allgemeines Kulturleiden sind. Zur Kategorie der psychisch Impotenten zählt er auch die Männer, denen, wie er so nett sagt, die Aktion nie versagt, die sie aber ohne besonderen Lustgewinn vollziehen. Auf wenig Fälle hat Freuds Resümee von der Unfähigkeit zu lieben so gut gepasst wie auf Flaubert, wo sie lieben, begehren sie nicht und wo sie begehren, können sie nicht lieben.